So, ganz kurz, die Premiere heute um 18 Uhr findet nicht statt, denn das ist ein kurzes Infovideo. Mein sehr geehrter Herr Kollege hat die Aufnahmen mitgenommen und ich komme an keine Aufnahmen außer die, die ihr schon gesehen habt, ran. Also musste ich mich mit der Premiere der kompletten Sprengung ein bisschen aufhalten. Aber ihr bekommt eine Benachrichtigung, soweit es nur möglich ist. Vielen Dank.